Ich wollte euch jetzt Danke sagen. Am 24. Dezember, ich denke, es ist ein angemessener Anlass. Danke für das vergangene Jahr. Ich habe mich gefreut, euch alle begleiten zu dürfen und zu sehen, wie ihr wachst, wie ihr eure Herausforderungen erfolgreich annehmt, mit und ohne mich an eurer Seite. Ich freue mich auch aufs nächste Jahr und auf viele neue Herausforderungen mit euch und vielen anderen Neuen, die hier den Weg ins Zauberland finden. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ganz, ganz viel Gesundheit und bin natürlich weiterhin für euch da. Bis bald.